Sie ist Gewerkschaftsmitglied. Und er auch. Und sie. Und er. Und sie. Und sie alle haben eine Sache gemeinsam. Sie sind arbeitslos. Denn als die Wirtschaft wegen der Corona-Pandemie eingebrochen ist, haben zahlreiche Textilfabrikbesitzer die Chance genutzt und als erstes ihre Gewerkschaftsmitglieder entlassen. Plötzlich hatten sie einen Grund, tausende Menschen auf die Straße zu setzen. Und da war klar, wer als erstes gehen muss. Die, die sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. In Sri Lanka, Myanmar, Bangladesch und anderen Niedriglohnländern kämpfen die entlassenen ArbeiterInnen gegen Union-Busting und sind jetzt abhängig von Essensspenden ihrer Gewerkschaft. Diese ArbeiterInnen haben von einem auf den anderen Tag kein Geld mehr von ihrem ehemaligen Arbeitgeber der Dragon Group bekommen. Weder ausstehende Löhne, noch eine Abfindung, die ihnen sogar gesetzlich zusteht. Und das ist die Hauptsache, die wir jetzt in der Arbeitgeber der Arbeitgeber der Arbeitgeber der Arbeitgeber der Arbeitgeber. Und heute ist die vierte Tag der unseres Städte-State-State-State-State. I'm not going to accuse only and particularly our owners. It's a global supply chain. Everyone is responsible. Everyone is responsible for the workers. During the pandemic, it's a tough time for the workers. It's a tough time for everyone, but the workers are suffering more. Weil die ArbeiterInnen nichts mehr haben, bekommen sie Unterstützung von ihrer Gewerkschaft, der Garment Workers Trade Union Center, GWTUC. Denn die Löhne sind auch ohne Pandemie so gering, dass sie kaum zum Leben reichen, geschweige denn, um Ersparnisse anzulegen. Aber auch der Gewerkschaft gehen die Geldreserven langsam aus. Deshalb, das, was wir beim Kauf unserer Klamotten sparen, die unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt wurden, können wir jetzt den NäherInnen direkt geben. Unterstützt die Kampagne und sorgt dafür, dass die GenossInnen wenigstens eine warme Mahlzeit am Tag bekommen und ihre Arztrechnungen bezahlen können. Für umgerechnet einen Euro am Tag kann eine ArbeiterIn versorgt werden. Unser kurzfristiges Ziel? Mit 20.000 Euro gut zwei Monate lang 300 ArbeiterInnen über die Runden bringen. Langfristig ein gesichertes Auskommen für alle mit einem Lohn, der für ein gutes Leben reicht. Und dann Ausbeutungsverhältnisse abschaffen. Eine Initiative der IKA-Arbeitsgruppe Asien mit Unterstützung der FAU Hamburg, IWW Hamburg und anderen lokalen Basisgewerkschaften. Solidarität ist eine Waffe. United against the Dragon.